So viel bringen die Lampe jetzt auch nicht Eine Tür offen, da gehe ich doch mal looky looky machen Ja guck mal, ein bisschen Revolver Munition haben wir gefunden Mal verpillen wieder Okay, gehen wir mal zum Tommy Bin schon da Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung Wir haben einen elektrischen Zaun Wenn das Kraftwerk wieder läuft Aber Infizierte kommen trotzdem hin Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt Vielleicht muss das nicht sein Du klingst wie Marlin Wie alt soll das denn aus? Einfach so zarg im Vorbeigehen Alter Gabi Stabie Da gab er Linsky Oh, was haben wir denn hier liegen? Kaputtes Buch, wo man eigentlich wieder nichts lesen kann Aber wir jetzt trotzdem was lernen Chemie Chemies Chemist Also irgendwas mit Chemikalien Wahrscheinlich Unsere Rauchbombe, das besser wird Rauchbomben Aber ja auch nicht so wirklich benutzt Weder damals noch heute So, wir müssen Tommy mal ganz kurz warten lassen Glaube ich Mal gucken Ist eigentlich bei mehr Infos Ah ja Da war nur Nachladetempo Bei der Shotgun Können wir auch nicht mehr wirklich mehr machen Außer Magazinkapazit Ja Ja, einmal mit dem Lappen drüberwischen Dann passt nochmal eine Kugel mehr rein Dann blockiert der Der ganze Schmutz Nicht so Okay Ähm Hier können wir auch nochmal Nachladegeschwindigkeit machen El Diabolo Panzerbrechen Stimmt Panzerbrechen war teuer Können wir uns nicht leisten Wegen Drei Ich glaube ich spinn Das ist ja wohl ein Witz jetzt, oder? Naja gut Ja, dann Einmal hier komplett raus Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwie noch drei Stück Ich glaube es nicht Ja, wirklich viel bringen uns jetzt die 75 auch nicht Weiter rechts Weiter rechts Weiter rechts Okay, das ist gut Absenken Langsam Oh, schickibricki Haben wir schon lange keinen mehr gehabt Okay, das ist gut Tommy ist hier Sind wir fertig? Nur noch einen Moment Okay, und das war's Fertig? Mach schon Drück drauf Es geht los Oh Oh, Mann Geschafft, Jungs Gut gemacht, Jungs Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln Licht Traum So Da siehst du Ganz schön beeindruckend Du schuldest ihnen zwei Millionen Okay, Joel Reden wir Eine bunte Truppe seid ihr hier Ah, sind gute Leute Hier kriegen sie eine zweite Chance Ist für alle noch eine Chance Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun Gut Erzähl schon Sie ist immun Immun wogegen? Ja, ich weiß Aber ich hab gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat Und nichts Ich wollte es auch nicht glauben Aber es ist so Okay Ich glaub's Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies So wie ich das hier einschätze Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn Ich hab ewig kein Firefly gesehen Aber du weißt, wo sie sind Ich verlang nicht viel, Tommy Einfach Ausrüstung Und dann bin ich wieder weg Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy Es geht um deine Sache Meine Sache ist jetzt die Familie Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang Herrgott, nochmal Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen Wir haben auch Familie Tommy, es muss sein Du willst Ausrüstung? Klar Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war Für mich So siehst du das Ich habe nur Albträume aus der Zeit Tommy, nur durch mich hast du überlebt Hat sich nicht gelohnt Ich bringe die Heilung für die Menschheit Und du spielst bockiger, kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause Fass mich noch einmal an Und es wird böse für dich enden Was war das? Das ist ein Angriff Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja Nö, keine Ahnung, wie mache ich denn das? Miss Reiber! Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Mit so einem Ziegelstein, oder was? Jau, den haben sie gerade erschossen Scheiße Was sind die Leute hier? Bicky, bricky Ah nein, hallo, hallo, hallo Nimm mal die Waffe Oh, jetzt liegt hier so ein schönes Stahlrohr El Diabolo Munition Firefly Anhänger Okay Nochmal Muniz Aber hier finden wir jetzt die tollsten Sachen Werden da die Heute sterben Ich geh mal hier lang Wie man den Revolver Oh ja, 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 ja ja Achtung! Bisschen unfre, Leute, oder? So, ja. Das sind ziemlich kompliziert. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur... Mal hier die Pläne klauen, während hier... Verdammt! Oh, ne Axt. Auch schön. So, dann nehmen wir hier mal unser Scharfschützengewehr. Ist immer noch ziemlich laut, wenn es geschossen wird, ne? Eine Sekunde. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen blöd, aber... Ich muss noch ein bisschen leiser stellen. Das ist mir alles zu laut, wenn wir hier rumbollern. Mann! Bin zur Scheiße, ne? Ja. 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 Dann nehmen wir hier mal... Wie ist das? Scheiße. Scheiße. Oh Wir haben alle erledigt. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Gleich da. Jetzt mach's schon. Sorry. Ich will nur ganz kurz mal gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt, aber... Ne. So, Tommy, ich bin schon da. Na, nicht Bodyblocken, Junge. So, wo ist hier die Action? Wo gibt's hier aufs Maul? Ge einig. Jo, nachladen. Okay. So. Noch einer. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, dann machen wir auch mal Benutzung von unserer... Tommy? Maria! Alles okay. Die Kleine ist hier. Das war verdammt knapp. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrieb, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt und das Schroffling... Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu! Hey, hey, bist du verletzt? Nein! Gott verdammt! Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach! Der soll sich jemand anders suchen! Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du, wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld! Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was, was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wolang? Komm mit! Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf denen, einander aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Ja, dass Ellie hier einfach so mit dem Pferd abhauen kann. Gehen wir. Ohne, dass es einer merkt. Und hier im Spiel verstehe ich nicht so ganz, warum Joel sie jetzt loswerden will. In der Serie wurde das ein bisschen besser erklärt. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Komm! Dieser Dickkopf. Macht sie das Röfter mit hier? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Du hättest einfach mit ihr reden können. Hättest sagen können, ja pass auf, so und so. Stattdessen, ja reden später, wir reden später. Blah, 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 blah. Ey, warte mal, ich bin jetzt hier völlig unabsichtlich. Eingeritten. Achso, hier geht's eh nicht weiter. Alles klar. Na los. Na los. Ich gucke mich hier immer natürlich so ein bisschen um, ob ich irgendwas entdecke. Natürlich auch, weil die, wow, 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 weil die Nachlade-Ruckler hier so richtig schön am Start sind. Okay, gut. Weil die Umgebung hier natürlich auch so geil aussieht. Dass sie das Game auf den PC gebracht haben, finde ich immer noch, ich bin es immer noch so richtig geil. Ich mache so viel Laune hier einfach am PC. Allein schon, weil ich nie so der Freund von Controller-Steuerung bin. Controller-Steuerung finde ich eigentlich nur geil, wenn es halt irgendwie um Fahrzeuge fahren geht. Also, Farming-Simulator zum Beispiel spiele ich in letzter Zeit ziemlich viel, ziemlich oft. Und da finde ich Controller-Steuerung schon viel besser, viel praktischer. Wo, 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 wo! Ich gebe dir Deckung. Zu viele Sinten. Verdammt viel zu viele. Geh außenrum, ich gebe dir Deckung. Jawohl, Tommy. Wo ist denn der El Diabolo jetzt? Haben wir nur einen Schuss. Reichen tut's. Kommt ein Er-Plötzlicher. Ja gut, so wie ich den jetzt getroffen habe, hätte ich den seinen Helm eigentlich nicht viel machen sollen. Ach, hat's auch nicht. Komm, zu den Pferden. Yay. Hat's uns Eich erwischt? Na, das geht eigentlich. Jetzt habe ich gedacht, da hat noch irgendwas geblinkt, aber... Nö, nö, nö. Na, schauen wir an. Da haben wir doch wieder gut Energie zurückbekommen. Ich muss bloß mal hier gucken. Hier in die Häuser. Gibt's da irgendwas? Vor allem ist hier Ellie durchgeritten, ne? Und irgendwie waren die Leute da noch nicht da, oder was? Obwohl das ja jetzt halt auch nicht so lang her ist. Ich meine, Ellie hat ja jetzt halt irgendwie nur ein paar Minuten Vorsprung. Das sind ja jetzt nicht mehrere Stunden. Und dieser eine Tod vorhin, na, der triggert mich jetzt irgendwie immer noch so. Musste ich gerade wieder dran denken, dass wir vorhin wieder zum sechsten Mal gestorben sind. Wird das so unnötig einfach? Okay, hier ist nichts. Okay, hier ist das so unnötig, hier ist das so unnötig. Okay, hier ist das so unnötig. Vielen Dank.